Jungs, ich glaube, hier kommen wir nicht mehr raus. Unsere nächste Einheit ist wahrscheinlich auch schon zu weit. Wir werden... Wir werden wohl mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Es bleibt uns nicht anders übrig, als unsere Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Wir kämpfen bis zum letzten Atemzug! Jawohl, habschofürer!